Sooo, hallo, ja schön, dass wir wieder da sind. Oh Gott, ey, wieder mit der Kamera. Ja, ich hab mich nicht gemeldet, es tut mir voll leid. Aber wir sind auf Tour jetzt die nächsten drei Tage. Der Matos ist zum Beispiel auch dabei, der hängt da drüben gerade rum und die Jacke auf. Es ist ein bisschen am Regnen hier. Könnt ihr mal gucken, so sieht es aus. Wir sind im Hafenklang gerade in Hamburg, wundervoll. Und ja, morgen in Düsseldorf und danach noch in Belgien. Also, hier geht es jetzt richtig los mit Veneria auf Tour. Jetzt kommt der Einspieler, dann geht es los. So, hier gibt es jetzt auch gerade Essen. Der Tim ist gerade voll dabei und kaut sich das Zeug mal richtig rein. Also, es wurde so richtig geil vegan gekocht, irgendwie der Matos, der ist auch voll dabei. Dann haut sich das Zeug so richtig rein. Dann haben wir noch einen netten Besuch bekommen, auch. Ist voll gut. Narkoleptik. Narkoleptik. Kann man auch mal vorbeischauen, gerne. Ja, ansonsten, da hinten wird heute gespielt, so. Hafenklang, volle schöne kleine Schuppen, irgendwie. Ist halt jetzt auch einfach Nacht geworden, ich weiß gar nicht. Ja, man sieht mehr mich als irgendwas anderes. Ja, nö, aber es ist halt so ihr Setup irgendwie und so sieht das Ganze aus. Also, ich freue mich, ja, doch, kann man so sagen. Wir schauen jetzt mal ein Gig rein. Ja, ja. Ja, ja. So, wir haben jetzt nach dem Gig. Ich muss halt flüstern, denn alle schlafen. Hier der Matos ist da so ein bisschen eng schlafen. Das hier ist so der Schlafbereich hier. Das ist mein Platz für heute hier. Und ich gehe jetzt mal gucken, ich gehe jetzt mal raus. Deswegen so sieht das hier aus, wenn man hier schläft im Hafenklang. Das ist ja voll cool, muss ich sagen. Das ist mal wieder so ein altes Feeling, irgendwie mit der Lick an der Hand hier rumrennen und so. Das sind auch frühere Boys und so. Die anderen hängen da hinten rum. Hängen hier einfach rum, ist saukool. Also, ja, bisher war alles ja so dokumentlich, stylmäßig gehalten. Jetzt irgendwie wird es wieder wirklich wie so ein Flop, dass ich hier mit der Kamera rumlaufe und erzähle. Also, ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr es gut findet, schlecht findet, oder. Ja, saukool. Wir sehen uns morgen, wenn es wieder zum Frühstück geht. Und so. Ja, bis gleich. So, so, ich bin frisch geduscht. Deswegen ist hier alles schon wieder wild in meinem Gesicht. Tim schmiert sich assi was aufs Brot drauf. Schaut euch das an. Da steckt Liebe drin, das kann ich euch sagen. Mal zwei. Hier, Freddy, Freddy ist am Saft trinken. Wir alle Saft trinken. Oh. Oh, ja. So sieht es hier inzwischen aus. Und es ist halt immer noch voll krass hier draußen mit meinem Seinen. Also, ich feiere den Bums immer noch hart und die Welt. Ich mache mir jetzt was zu essen. So, wenn man normalerweise immer der Typ ist, der rumräumt, hat man heute die Aufgabe, einfach es mal festzuhalten. Ich versuche das zu dokumentieren hier. So sieht es aus. Er trägt, er räumt. Und er ist auch hart dabei. Wieder in der Zeit zurückgereist mit der Kamera in der Hand. Jetzt für drei Tage. Bis zum nächsten Video.